Hallo und herzlich willkommen zurück zu War Thunder und wie versprochen heute Leopard 2 A5. Wir sind auf dem Test-Server vom kommenden Patch Lockon 187 und dort gibt es natürlich endlich, endlich die neue Mieze-Katze mit dem verbesserten Turm und eigentlich theoretisch auch Wärmebild, aber gibt es im Spiel noch nicht. Aber dafür haben wir neue Munition, DM33 und die kann sich sehen lassen, die ist derzeit eine der stärksten Munitionen im Spiel. Nicht die stärkste, aber eine der stärksten. Schönes Ding. Die Japaner hatten das ja schon eine Weile, die Deutschen letztendlich auch. So, dann würde ich sagen, springen wir einfach mal ins Gefecht mit der guten Raubkatze. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unserer Raubkatze. Zusammen mit unserem Evil. Hallo. Evil nach dem 2 A4, dem Vorgänger-Version unseres Leoparden. Und das Ganze auf der neuen Karte Alaska. Wunderschöne. Es gibt einen Curling Club. Mittendrin in Alaska. Das ist allein schon genial und brillant. Finde ich super. So. Ich glaube, wir sind immer noch zu weit rechts. Ständig kann ich denke ich noch rausfinden. Oh, diese verdammten Bäume. Also Bäume umfahren kann ich. Aber wie sexy dieser Leopard ist, glaube ich. Mach's mich neidisch. Und frontal ist der gar nicht so einfach zu durchschlagen. Es gibt eine Möglichkeit, den Turm Drehkranz zu durchschlagen unter der Kanone. Da geht's auch direkt hinten in die Engine. Aber untere Wand oder so. Pff, ja, ne? Viel Glück. Ist möglich, aber... Ein 2 A4. 2 A4. 2 A4. Ne, sind Conquer. Wo hast du den? Halt genau vor mir jetzt. Lieber nicht. Das ist noch ein Berg im Weg. Moment, ein Blick da. Da ist er. Ganz von außen. Keine Kanone. Ja. Ich erwarte nicht die ganze Zeit, dass irgendwas von hinten kommt. Hm. Oh, direkt vor mir. Ist gerade wieder vorbeigefahren. Ich sehe halt nix. Es gibt zu viel Fisch, Gras, Gemüse. Der müsste ungefähr hier stehen. Okay. Ungefähr. Ja, aus der Richtung kann man schon. Der ist am glorreichen Leopard 2 Turm gebaut. Von wo? Oh, hinter mir. Na, ist ein 2K. Genau, ja, der steht genau hinterm Stein. Wo, 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 wo? Oh, da ist er. Happen. Danke. Hinter uns ist auch noch einer. Oh, meine Kette ist weg. Das gefällt mir überhaupt nicht. Von wo kam das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war ein Heli. Hinter uns ist ein Termi. Den ignoriere ich einfach mal. Ich will sowieso nix machen nach hinten. Ja, das ist das Problem. Den Turm kriegst nach hinten nicht runter. Na, hier. Habt was? Angenehm bei den anderen spotten. Das ist okay. Oh, danke. Jetzt ging es ja endlich. Okay, lass uns da mal nicht weiter. Das ist mal Pris. Das ist halt B. Hinter dir ist irgendwo noch ein Sherman. Nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass er durchkommt, aber... Nee, man weiß ja nie. Wie kann ich das rausfinden? Wo ist der denn? Äh, irgendwo hier. Hat ihn mir was beschossen hier. Aber, was war das? Wenn man das markiert, aber auf den Flächen. Nee, das stimmt mir nicht. Was ist denn der? Da. Hab ihn markiert beschossen auch. Wo ist das? Das hat er geschossen. Nix M1. Von wo? Na, der steht natürlich hinter fünf Büschen. Ah ja, ich hab ihn gefunden. Der ist direkt vor mir. Ich kann ja nichts machen. Ich muss erst respawnen. Ungünstig. Okay. Schießen kann ich immer noch nicht. Aber ich kann meinen Turm wieder drehen. Das ist gut. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Bis ich raus bin. Nebelwand hat ein paar Lücken. Ja, nennen wir es Lücken. Da flog gerade eben etwas. Oh, meine Panzerung ist komplett weg. Meine Frontalpanzerung ist komplett weg. Die ist einfach weggeflogen. Jetzt bin ich wieder Leo Pard 2A4. Mit vernünftiger Munition. Ja, mit vernünftiger Munition. Okay. Jetzt kann ich zurückschießen. Da ist seine Kanone raus. Das ist jetzt ungünstig für ihn. Komm her. Du hast mich nicht erlegt. Du hast die Beute nicht erlegt. Was ist denn jetzt hingefahren? Verdammt, wo ist er? Da. Ah, da war er. Den habe ich nicht gesehen. Wow. Bin ich blind. Aber ich lebe noch. Äh, Leopard 2A5. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Aua. Frontal. Wo? Du? Ja, du schießt erst mal nicht mehr. Ich halte es auch nicht mehr. Jetzt bin ich hier aber gerade mittendrin im Spaß. Ja, da bin ich auch raus. BMP2 hat mich rausgenommen. Und auch eine Abschlusshilfe durch. Ja, von rechts. Ne? Das ist gefährlich. Deine Seitenpanzerung hat ja fast gar keine. Obwohl das Ballliner drin hat. Ne? Also. Vielleicht Schottpanzerung. Und da ich mir ja hier extra einen Gutschein geholt habe, kann ich nochmal mit dem rein. Wir wollen das denn hier angucken. Aber Gott ist der geil. Der macht so unheimlich viel Spaß. Ich sehe gerade gar nichts. Ich glaube. Ich weiß nur, dass hier irgendwo ein BMP2 ist, von dem ich sehr viel Angst habe. So, drei Kills haben wir schon. Und der BMP2 kam von rechts. Also, der stand ungefähr hier. Ungefähr. Grobe Richtung. Das war das letzte Mal, wo ich den gesehen habe. Ich finde, ich finde die neue Karte echt wunderschön. Ich finde die neue Karte echt wunderschön. Okay. Das war dann doch nicht der BMP3, nachdem ich besucht habe. Oder zwei. Und drei gibt es ja leider noch nicht. Ne. Den musst du schon finden. Und hier ist der Körling Club, ne? Körling Club. Klarzis for all messes. Best offer. Chase the ace. Wo ist er? Das weiß ich leider nicht. Es kam von rechts. Ah, bin unterwegs. Der muss ja hier irgendwo sein. Und? Ich kann nicht schießen. Von rechts von dir? Au. Das ist ungünstig. Hättest du spotten sollen. Ja, konntest leider nicht. Das weiß ich nicht, wie wo der ist. Ist, glaube ich, raus. Ist halt wie immer eine Stadtkarte. Und wenn wir eins gelernt haben in der neueren Geschichte der Militärtechnik. Fahre nicht mit Panzern in Städte. Das ist eine saudumme Idee. Oh, 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 ah, Mix. Achso, Sombra. Oh, ich hab mich schon gefreut. Meinst du, das merkt einer, wenn der einen Unfall hat? Du kannst nicht jedes Fahrzeug zu ziehen. Warum benutzen? Mir ist aber langweilig. Die Franzosen waren letztes Mal richtig, richtig für dich. Man hat sie nicht verstanden, aber sie waren wütend. Da bist du angehört. Das war ein effektvolles Merde. So. Ja, ich denke, das war's. Weiter brauchen wir ja gar nicht reinfahren. Ja, Leopard 2A5. Also, Hammerkiste. Und hat eine Weile gedauert, bis sie uns von Teil rausgekriegt haben. Seite geht natürlich schnell. Ist klar, ist ein Leopard. Aber holler, die Waldfee, macht der Spaß. Und schön zu sehen, dass die Zusatzpanzerung tatsächlich Effekt hat und man sie wegballern kann. Dann ist er ein Leopard 2A4. Das war, glaube ich, mein eigentlich auch schon im Event so. Also, im April-Sherz-Event 2017. Genau, da gab's den. So lange ist es ja schon näher. In der Zwischenzeit haben sie das Modell noch ein bisschen aufpoliert. Noch ein bisschen ganz ungewert und so angepasst. Und dann kommt der jetzt ins normale Spiel. Sich jedem zu erforschen. Definitiv. Und Evil hat ja gerade erst den Leopard 2A4 erforscht. Dann muss er gleich wieder rein. Gerade fertig geworden. Und jetzt Nummer 9. Aber Leopard 2A5 hat uns keine Ruhe. Den muss ich auch haben. Früher erforschen sollen. Großartiges Ding. Und was ist das jetzt hier? Eine Supersonic Trophy 1 bei euch. So, okay. Ja, ich würde sagen, wir haben uns jetzt ganz gut geschlagen. Also, wir haben drei Hilfen und drei Abschüsse. Das ist okay. Einmal haben wir einen Leopard 2A5 verloren. Das ist okay. Damit kann ich leben. Und schönes Teil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich freue mich wirklich auf den Patch mit dem neuen Leopard. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis bald, Emo. Tschüss. 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 Ciao. Auch im März 2019 gab es wieder ein paar großzügige Spender aus der Herde, die auf Tippi ein bisschen was dazugegeben haben. Allen voran die Hüter, das Eisenschwein 2, Niki87 und PumaXXL. Vielen, vielen lieben Dank an euch drei, auch der Betreuer der Herde. Der Erl ist wieder dabei, auch an dich. Vielen Dank. Und nochmal speziellen Dank an Königsmörder89 und Nenari. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020